ich glaube hier sind wir dann oben ist das so ist es in einer gerade linie kann man nicht so genauer kennen ich mache mal so ein steiner vielleicht hin so ja dann müssen wir genau da oben rauskommen perfekt muss natürlich noch treppen drauf damit wir auch hinterher stein hier hoch transportiert kriegen das ist ja klar so und dann wenn das alles fertig ist dann kann man hier steine hoch transportieren das soll man einfach zuerst machen jetzt ist dann die bäume gefällt werden damit ob das platz ist und dann hier oben eine basis drauf bauen das wird so herrlich da müssen wir hier noch die bäume weg und die die bäume weg da können die freie schuss bauen das ist super super wird das ja dann werde ich ein paar stockpipes gleich bauen und hier alles ablegen irgendwie hier ist auch eine mini da kann man sich als ressourcen einfach mal hier raus sortieren die man braucht machen wir hier so ein task dafür direkt stockpipes brauchen wir brauchen wir einige von ich mache mal hier ebenso ich hoffe nicht dass sie die bösen uns das sein kaputt machen uns das leiden dass wir hier eine basis bauen quasi was ist das denn hier so kann ich hier kein hinbauen ist egal so hier das wird für die steine dann lassen wir die gleich einmal kurz in der mini schuften machen wir alles mit voll mit stein wird easy und hier kommt dann ein bisschen holz noch hin das lagern wir mal hier hier ist ein bisschen platz perfekt so ist das nur noch gleich einer bauen aber das wird easy das wird easy machen wir so ein holzfäller part holzfäller die weisen wir gleich ein zu du hier zum beispiel zerschlafter bitte ja wohl hack holz wo willst du hin hier sollst du holz hacken nirgendwo anders wo ist ja noch ein holzack part verdammt daher der muss weg so wo ist dieser putzpart der ist da der kommt auch mal weg jetzt ist eigentlich einer ist eigentlich holzfäller ich weiß noch nicht wer jetzt mehr deswegen ist weg gelaufen er ist irgendwo hingelaufen und will nicht mehr da ist er doch ich kann auch mehr einheiten bauen sehe ich gerade nehmen wir noch so ein alles andere alles andere die können wir die glaube ich hier noch gebrauchen bei dir so viel zeug rum ich muss mal einmal hier das drücken einfach nur damit das nicht so leckt so na ihr baut hier falls ich den turm das ist schon mal ganz gut ja wird schon fällt einfach die bäume und dann ist gut ja dann war was du hast du hast jetzt gerade holz bau stockpils bau aha wo willst du hin ich hab dich gar nicht ins bauteam wo willst du hin sägeteam 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 ah ah unverständlich ist das geil es machte dahin dahin ja ja dafür ist das holz herum damit kann er das machen das ist sehr gut ja ich wollte den nächsten ast daraus genau und müsste ich noch drei darum liegen hoffe ich mhm mhm 1 41 nur noch äh ist egal renn einmal da rum genau legt er ab du hast ihn jetzt aufgehalten jetzt kann er nicht mehr da hoch rennen jetzt ist er zu du hast ihn blockiert jetzt weiß er nicht mehr was er machen soll weil der blad ist dem einfach ähm überrascht er ist mir einer durch den weg gelaufen ich weiß gar nicht mehr was ich machen soll hehehe ja da liegt noch ein baum stamm das ist gut hervorragend so und danach wenn du das fertig hast gehst du wieder äh holz hacken jawoll 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 wo willst du denn jetzt hin du sollst holz hacken jetzt rennt er wieder wer weiß wohin ich verstehe die nicht mehr so alle brichtons hier einfach mal ich sehe erstmal alle arbeiter in die mitte alle arbeiter in die mitte ja da guck ihn dir an völlig kaputt was mit dir hannes der hannes der kann es nicht hannes kaputt hannes down lief task na meine schön blickt man darf nicht so viele arbeiter habe ich sie ja schon dann drehen die alle irgendwann durch aha auch hannes ist jetzt unterwegs sehr gut so hier sind drei fuß soldaten jeden das hat mir noch ein bisschen sorgen gemacht um das vor hier unten da das da muss ich mich glaube ich gar nicht mehr kümmern das ist überhaupt da kommen die ersten die werden direkt oben abgeschlossen werden sie spawn haben sie sich noch nicht bewegt da sind schon die ersten drei gefallen und dann ist einer runter gefallen das so der der schießt ihn auch sofort okay perfekt mit mich lange fackern hier genau was ist jetzt mit denen hier läuft auch würde ich sagen die töne sind ein bisschen schon verruckelt die kommen jetzt nicht mal an mal eine einzige stelle wo sie rüber klettern steht jetzt hier fischi und macht sie alle fertig oh fischi du wirst gehauen na das ist egal so du kletzt über die wand bist du verrückt bist du denn lebensmüde aber die wand ist eigentlich ganz gut da müssen sie jetzt rum rumlaufen laufen da irgendwo hoch und klettern da drüber oh oh da kommen sie auf jeden fall irgendwo hoch das muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden aber im Moment läuft es weil die haben wir gerade nichts zu tun dann können die da locker hinschießen sie läuft 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 hier sowieso ach guck mal die kommen jetzt da oben an die letzten 29 oha was macht wo will der denn hin der komplett hat durchgelaufen weil sie an drei leuten vorbei die ihn bekämpfen was solls was was machen die denn da die warten dass sie den erschießen können und fallen dann in den tod in den tod oh nico an vorderster front jawoll macht sie fertig wir sind Sparta hier geht es aber nicht mehr ganz so gut den nico gut läuft auf jeden fall so jetzt könnt ihr hier wieder bautrupp 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 ach Zoron ist immer noch kaputt bautrupp der bladis bautrupp oder ne warte mal du gehst in ach Zoron ist doch scheiße mit dir wenn du kaputt bist ach Zoron ist einfach kaputt was soll ich machen da ist einfach kaputt eigentlich können wir ihn sterben lassen gehen hm was solls so wie schauts aus mit euch Zoron wie wärs wenn du hier einfach mal hochkommst ich hab eine idee Zoron komm mal hoch Zoron wo ist er denn jetzt die Zoron da Zoron kommt erstmal hier hin vielleicht kriegen wir dazu dass er in die Mini geht wer weiß ja fällt die Bäume was denn los ist jetzt mit dir jung was denn los oh man hier machen die Leute machen auch nicht mehr was sie wollen die Leute machen auch nicht mehr was sie wollen Zoron hallo geh mal da rein komm der bladis fällt die Bäume nicht ah jetzt gehts los der braucht aber ein bisschen da brauchte er wohl ein bisschen macht ja nix so hier läuft alles ich stehe alle bereit ich könnte schon auch wieder ein paar Leute spawnen wenn ich will ich weiß gar nicht wo ich sie jetzt positionieren soll ich könnte vielleicht noch ein paar Arbeiter gebrauchen im Moment zumindest mal einen kann ich noch mehr ne mehr geht nicht nur einer die Carina ah die ist die es war auch weg ne die ist jetzt wieder da ja mach mal Alter bist du lahm bladis was ist denn jetzt los mit dir ja jetzt entschließt es sich dazu in einen Baum zu fällen ah so werden wir nie fertig was denn mit den Arbeitern wieso machen die nicht weiter hier Steine ranschleppen oh der Zoron der bladis macht mal was das ist unglaublich das Problem ist dass ihr die Steine von so weit weg holen müsst guck mal her Hannes Hannes ab da rein Carina hat unterwegs schon alles mögliche aufgehoben jetzt bloß kleine blauen Steine finden dann müsste so weit laufen das wäre nicht so schön ja jetzt schnell die Steine fertig kriegt dann kann hier der ähm Schlafter wird direkt von hier aus weitermachen es ist gleich voll perfekt los Hannes baut ihm super den Zoron weißt du der geht mir auf den Sack ich stehe jetzt hier oben hin dann stirbt er auf jeden Fall tschüss Zoron mit dir ist ja nichts mehr anzufangen sollen wir machen was macht der bladis der macht wieder Pause kennen wir schon ein stein ist noch da jetzt komm komm raus komm raus du musst wieder auffüllen damit mehr Steine kommen schneller jawoll gerade rechtzeitig viele Steine brauchen die gar nicht mehr da oben hervorragend schlafe ne doch mach mal ruhig ähm der hand ist wenn er gleich seine Küste da oben hingelegt ne der muss äh den Stein von Schlafter bitte entgegen nehmen oder er ist schnell genug unten ja ne ok baut ihm baut ihm nein lass den Stein anliegen schlafter bitte du gehst nämlich jetzt hier in die Säge team und mach die Stockpipes werde ich dir hier noch fehlen perfekt jung perfekt perfekt noch welche davor da ist noch welche davor da ist ich glaube ich bin da hingebaut naja mach mich mal in 4 Minuten kommt schon die nächste Welle oh mein Gott oh mein Gott leider werden wir in dieser Folge die Welle nicht mehr sehen aber das kennen wir ja schon so genüge genau jetzt packst du ihn einfach da hin und dann kann der das Deck vor Ort hin schaffen perfekt na guck's dir an genug Stockpipes fertig so jetzt kannst du abgehen und äh da oben Bäume fällen erstmal hier Bäume fällen und dann gibt's hier oben gleich einen neuen Baumfellpart da kann er alles mal mitmachen ich finde nicht so dritte die Bäume ist auch gut wir haben genug Platz wo wir das Holz ablegen können und der holt hier Steine für den Bau da oben das ist sehr gut die Carina deswegen ist fleißig nicht so wie der Zoron der immer noch hier doof rumsteht und nix weiß was er machen soll also kann ich hier nicht hier einfach so entfernen drücken und dann bist du die du kannst ruhig mithelfen Bladis also der Bladis ist ein bisschen lahm ne ich darf da bitte jetzt irgendwie macht seinen Namen nicht alle oh oh wenn da jetzt die Bäume runterfallen oh Carina hast du boah Glück gehabt pass auf Carina pass auf oh die lebt gefährlich die lebt echt gefährlich ich glaub wir machen den hier gerade ein Glück dass ich hier durchrennen könnte das ist vielleicht nicht so schön na gut na gut Baum fällt guck mal der Baum fällt dann sind die alle wieder mit dabei hier super ich sollte es aber eigentlich da oben fällen und nicht hier unten hier unten auch schon aber auch da oben freie Bahn für freie Bürger jetzt haben wir jetzt mal wieder genug Holz hier das ist schon mal ganz gut wo wollt ihr jetzt hin liegt da noch ein Baumstamm oder was hier da liegen auch zwei Baumstamm holt ihr mal schnell super super ja belegt einfach mal zwei Stockpals anstatt hier nur eins belegt ach ja willst du denn denn warum hab ich noch was hoch gebaut wenn du so da hoch rennen kannst oh oh wenn er da hoch rennt dann können auch alle anderen da hoch rennen hm keine ahnung egal hier ist mal eine coole Treppe gebaut und dann ist alles gut jawohl drei Bäume gefällt jetzt müsst ihr die ganzen Holz noch nicht räumen dann bin ich schon zufrieden mit euch 32 Brückte und haben wir schon mein Gott und die verteidigen sich immer gegen weiß ich wie viele Feinde hier immer kommen in der Welle was heißt denn das hier eigentlich ich weiß es gerade gar nicht da steht es für 36 haben da steht es für 32 haben ne verstehe ich nicht verstehe ich nicht verstehe ich nicht verstehe ich nicht jetzt haben wir aber alles voll hier ich hätte hier hinten mehr Stockpals bauen müssen wahrscheinlich ach was so die fallen hier noch mehr Bäume super 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 wenn das Holz runterfällt ist umso besser dann müssen wir uns damit nicht mehr rum plagen wir werden jetzt sowieso gleich jetzt alle erstmal nach Heim gerufen da fällt der Baum wieder bumm die Carina lebt da unten echt gefährlich wo willst du hin Carina dahin willst du skippen ok so ich würde sagen ich komme jetzt alle mal Heim der Kristall ruft euch alle Heim kommen alle Reim Bladis brauchen wir wieder ein bisschen scheiß Bladis kommen wir jetzt der ist so halb kaputt ne Zorro ist ganz kaputt Bladis ist halb kaputt der bewegt sich auch kein Stück ja dann stirbt du halt auch umso besser was machst du hier oben noch Hannes komm runter los lauf Lauf nach Hause Hannes Carina läuft auch schon so aber wie gesagt den Kampf sehen wir erst in der nächsten Folge bis dahin tschüss 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 tschüss